Ich befinde mich hier in einer Wohlfühlwerkstatt. Ich habe schon angekündigt, wenn wir beim nächsten Mal kommen, dann bringe ich meinen Wohnzimmerschrank mit und meinen Sessel. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine saubere Werkstatt gesehen. Ja, ich bin der Peter Winners, komme aus Essen und kann nur sagen, ich bin der Peter Winners, ich bin der Peter Winners.